hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute habe ich meine neu zugänge aus dem monat oktober für euch ja wie ihr wisst ist der oktober der monat der buchmesse und wie ihr vielleicht auch auf meinem kanal schon gesehen habt gab es ja diesen monat ein bookish christmas unpacking und da sind ja auch einige bücher eingezogen das heißt das hier wird ein xxxxl book neuzugänge im video es sind nämlich 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 16 17 18 print exemplare hier eingezogen und ein ebook ja ich würde aber sagen wir starten mit dem print exemplar und wir starten jetzt sofort in das erste weil das sonst ein richtig richtig langes video wird und wir starten mit meinem aktuellen currently reading und zwar ist das medley deeply von allen rickmann besser bekannt als professor severus snape aus harry potter das sind nämlich die tage bücher von 1993 bis 2015 natürlich hat er das buch jetzt nicht selbst geschrieben jeder harry potter fan weiß dass er mit mir leider schon von uns gegangen ist aber ich bin zwar noch nicht so weit finde es aber bisher richtig spannend die aufmachung ist auch richtig schön es sind halt einfach so kleine auszüge aus allen möglichen tagen also hat nicht jeden tag buch geführt auch richtig schön ja aber er hat sich wohl täglich ein paar gedanken oder fast täglich ein paar gedanken gemacht und die sind eben hier aufgeführt ich denke ich muss euch jetzt keinen klappentext etc vorlesen hier ist auch nur so ein bisschen was über ihn geschrieben ja auf jeden fall dürfte dieses buch einziehen ich lese es gerade und bisher kann ich euch auch sehr empfehlen aber dazu mehr im lesemonat dann dürfte ein buch hier einziehen zu dem ich eine richtig toll aufgemachte einladungskarte bekommen habe when the king falls da hat sich der kiss verlag nämlich was lustiges einfallen lassen sie haben weil es hier einfach um die wahl der blutbraut geht haben sie einfach karten versendet mit einladungen zu dieser wahl fand ich eigentlich ganz witzig leider ist mein buch erst nach release day eingetroffen deshalb konnte ich zum release day kein bild posten dass ich gerne getan hätte so mit richtig schönem schwarzen kleid und schick machen und tralala ja leider nicht funktioniert aber ich freue mich schon sehr auf dieses buch und jetzt erzähle ich euch um was es geht ich bin seine auserwählte ich bin sein schicksal ich bin sein tod london gegenwart seit jahrhunderten herrschen die vampire mit harter hand über die menschheit darum in der grund hat sich eine rebellion gebildet der sich nun die einmalige chance bietet eine attentäterin ins crimson hart das schloss des vampirkönigs einzuschleusen an jeder wintersonnenwende wählt der könig eine neue blutbraut aus von der er sich nähren wird dieses jahr gehört florence eine junge rebellin zu den kandidatinnen sie soll ihn dazu bringen sich für sie zu entscheiden sie zu begehren ihr zu vertrauen und sie wird all das gegen ihn benutzen um ihn zu töten es sei denn ihr eigenes herz verrät sie dann dürfte das neue buch von tj klune hier einziehen aus sternen und staub heißt das buch mittlerweile es hatte eigentlich zuerst einen anderen titel der mir eigentlich besser gefallen hat weil er zu den anderen romanen von ihm gepasst hat allerdings ist das hier auch ein hardcover im gegensatz zu seinen anderen büchern da muss ich mal gucken ob ich die dann überhaupt zusammen ins regal stelle weil mich das dann ein bisschen stressen wird ich habe nämlich da wo aktuell seine drei bücher die ich habe liegen also quasi mr panassos wallace price und die familie lawson die sind alle taschenbücher und liegen quasi so übereinander gestapelt in so einem kleinen fach ja das hier dazu zu legen sieht irgendwie doof aus ist nicht dazu zu liegen ist irgendwie auch doof also ich bin da noch etwas unschlüssig wie ich das machen werde verstehe ich es auch einfach zu den anderen hardcover und gucke dass es irgendwie unten drunter steht unter den anderen aber ich weiß es noch nicht warum macht ihr sowas warum macht ihr sowas dann bringt es doch einfach das taschenbuch raus dann ist die welt auch wieder in ordnung ja das sind eben meine zwänge aber ich freue mich schon sehr 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 auf das buch eine freundin von mir liest es gerade schon sagt es ist mal wieder legendär von daher ja lassen wir uns mal überraschen nate cardwright hat alles verloren seine eltern sind tot sein bruder will nichts von ihm wissen und seinen job als journalist bei der washington post ist er auch los er beschließt nach roseland in oregon zu fahren in der abgelegenheit der berge will er sich überlegen wie es jetzt weitergehen soll pläne schmieden vielleicht endlich seinen roman schreiben nate war nicht mehr in der hütte seit seine eltern nach seinem coming out rausgeworfen haben soweit er weiß sollte sie verlassen sein nur dass sie das nicht ist ein mann namens alex hat sich dort versteckt und mit ihm ein mädchen das auf den eigenartigen namen artemis darth wader hört nate ist misstrauisch so ist ein 40 jähriger mann mit einem zehnjährigen mädchen auf der flucht die geschichte die alex und artemis ihm erzählen ist so unglaublich dass sie eigentlich nur wahr sein kann plötzlich muss nate eine entscheidung treffen will er sich weiter den dämonen der vergangenheit ergeben oder für eine zukunft kämpfen die er nie für möglich gehalten hätte zeitgleich mit tj klun ist noch ein buch eingezogen auf dessen erscheinen ich auch schon ganz ganz dringend gewartet habe nämlich light and flame eine liebe im schatten der zweite band des spin offs zu from blood and ash zungenbrecher ja von blood and ash ist die hauptreihe da gibt es jetzt aktuell vier bände die eine liebe im schatten reihe ist quasi das bin auf was vor from blood and ash geschah wie ihr wisst werde ich euch jetzt den klappentext zu band 2 vorlesen wie ich das in den neuzugängen eigentlich immer mache das heißt wenn ihr die reihe noch nicht kennt dann es gibt ihr jetzt am besten ein stück weiter weil der klappentext doch ein bisschen spoilern könnte cool ist der falsche könig der götter ist ins eliseum zurückgekehrt und droht nicht nur die welt der götter sondern auch die der sterblichen in ewige dunkelheit zu stürzen seraphina miriel die ehemalige prinzessin von lasagna ist die einzige die ihn aufhalten kann dazu braucht sie die hilfe von nukdos dem primar des todes dem mann in den sie sich unsterblich verliebt hat doch nukdos misstraut allem und jedem und plötzlich muss sera kämpfen nicht nur um ihr eigenes überleben und das der welt sondern auch um nukdos liebe der autorin des nächsten buches folge ich schon ganz ganz lang und als dann klar war dass sie ein buch herausbringen wird habe ich mich super gefreut weil es einfach mal was komplett anderes ist der verlag hat mich auch ausgewählt dazu ein reel zu drehen muss ich mal gucken wie und ob ich das noch schaffe weil es in letzter zeit einfach hier super stressig ist aber ich würde super gern machen weil ich die autorin influencerin richtig richtig gut finde und zwar ist das connie from the block sie hat ein buch rausgebracht ich da bin ich nicht für zuständig mausi nix neues vom amt also sie ist eine offizielle amtsfluencerin sie macht quasi lustige videos über dinge die auf dem amt geschehen sie hat dabei instagram auch einige filter mit verschiedenen charakteren die sie erschaffen hat und ja es ist einfach mega witzig ich gucke mir ihre reels und videos und beiträge einfach so gerne an und freue mich auch schon ganz zeitnah das buch zu lesen hier ist zum beispiel auch eine lesetour wahrscheinlich ist aber nein natürlich ist das saarland mal wieder nicht dabei und auch nicht so was irgendwie in der gegend liegt ich glaube das nächste ist wiesbaden leute kommt doch einfach mal ins saarland wie wär's denn da make amt great again connie beamtin im öffentlichen dienst macht den job seit jahrzehnten mit ihren kolleginnen tief einatmen petra gegen alles gisela kussi doris küken die lara und du bist der change ronja trotz sie akten bergen management geschwätzt digitalisierung und viel zu selbstbewussten bürgern und wenn gar nichts mehr geht da bin ich nicht für zuständig mausi richtig 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 cool sogar mit zitaten von felix lobrecht den ich ja auch mega finde also auf das buch freue ich mich wirklich schon sehr 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 dann kommen wir zum letzten buch das als rezensionsexemplar hier eingezogen ist danach machen wir weiter mit dem buchmesse dann habe ich noch eine abel bestellung dabei und dann habe ich noch die bookish christmas bücher die ich euch ja bereits vorgestellt habe da werden wir einfach dann schnell durchlauf machen aber jetzt kommt das letzte buch das hier gerade frisch eingezogen ist heute morgen weiß aus der packstation befreien und zwar zu word catcher die chroniken von castellan und kassandra claire ist einfach eine autorin von der ich alles ungelesen und recherchiert ungefiltert kaufe weil ich sie einfach sehr sehr liebe und weil ich ihren schreibt sie liebe weil ich ihre geschichten liebe und deshalb durfte auch das buch direkt hier einziehen ich habe es gesehen ich habe es angefragt und habe gebetet dass ich die zusage bekommen jetzt ist es da sogar mit diesem wunderschönen farbschnitt ich liebe es und ich habe schon du gefragt die hat es nämlich auch wann wir damit starten weil das buch schreit quasi förmlich nach einem body resource spiegelt ist die ganze zeit ich bin aber froh dass sie es eingeschweißt haben und der biebe spiegel spiegel bestseller sticker auf der folie ist und nicht auf dem buch warum nicht immer so ein schwertfänger hat nur einen zweck statt des thronvolgers zu sterben doch kehl hat keine angst vor diesem schicksal als doppelgänger von prinz connor kam er als kind der gosse und durfte das leben eines adeligen am königshof führen bis jetzt denn während das reich auf die vermählung des thronvolgers wartet entdeckt kehl eine entsetzliche verschwörung die sich von der kriminellen unterwelt bis in die höchsten adelskreise zieht und die einzigen die dem schwertfänger zur seite stehen sind die geheimnisvolle heilerin linn und der wahre herr über castellan der lumpensammlerkönig so kommen wir jetzt zu den beiden büchern die ich mir auf der frankfurter buchmesse gekauft habe so viel zu dem thema ich möchte da hingehen und nichts kaufen haben wir alle vorher schon gewusst dass das nicht passieren würde dass es nicht funktionieren wird ja samstags habe ich mich tatsächlich noch sehr sehr gut gehalten das lag aber vermutlich auch einfach dran dass ich am samstag einfach nicht durch die halle kam also ich wurde da einfach nur von a nach b geschoben ich hatte gar keine möglichkeit irgendwo an den stand zu kommen und wir von der presse durften sonntagmorgen ja schon um 8 uhr rein das heißt ich war um 8 uhr bei der bücherbüchse und habe gefragt ab wieviel uhr kann ich bei euch was kaufen und da meinte lisa zu mir ja sobald die kasse offen ist das wird so in etwa 20 25 minuten sein da bin ich in 20 minuten noch mal hin und war quasi die erste sonntagmorgen am bücherbüchsen stand war richtig schön mal ganz allein durch den bücherbüchsen stand zu schlendern und dieses schätzchen hier durfte mit das schätzchen das so wunderschön reflektiert hat so eine metallik legierung auf manchen elementen richtig richtig schön das buch wollte ich die ganze zeit schon haben und lesen und bestellen und habe es dann immer vergessen ich wollte eigentlich auch mit der nella lesen da muss ich mal gucken ob sie es mittlerweile schon hat das ist auch ein bücherbüchse buchschnitt das original hat nur einen front buchschnitt und da ist diese dieser mexikanische totenschädel in klein quasi drauf und hier wird es wohl so sein dass die die logie quasi das komplette bild ergibt würde zumindest sinn machen wenn hier nur ein halber schädel drauf ist ja ich hab's jetzt endlich hier und jetzt erzähle ich euch um was es gibt am tag der toten erwacht die magie zum leben valentina hütet ein geheimnis sie ist la katarina jene legendäre figur die zum sinnbild für den mexikanischen tag der toten geworden ist damit ist es ihr bestimmt verlorene seelen ins reich der toten zu führen doch valentina muss aufpassen nicht nur zielscheibe nicht zur zielscheibe zu werden denn seit die menschen von der existenz übernatürlicher wesen wissen machen einige von ihnen unerbittlich jagd auf sie valentina vertraut sich ausgerechnet der hexe lily an nichts ahnt dass diese ihre eigenen pläne verfolgt eine schicksalhafte entscheidung und das nächste buch ist tatsächlich auch aus einer laune heraus entstanden ich bin mir der lieben nene durch die halle geschlendert morgens kurz nachdem die halle für alle geöffnet wurde es war noch nicht so viel los und dann sind wir bei moon notes vorbeigekommen und hatten da eine kurze einen kurzen plausch mit einer verkäuferin und sie sagte ja das hier ist alles zwar so ein kleiner berg bücher was noch von moon notes übrig ist ja quasi ein unterverlag von oettinger das war also der oettinger stand und da war noch ein kleiner tisch mit vielleicht 20 25 büchern und das sagte sie das ist alles was doch von moon notes übrig ist nach der messe und es gab fighting fate noch ich glaube vier mal und ich sagte zu linia ja ich will das buch eigentlich die ganze zeit schon bestellen und lesen und dann sagt sie ja will sie eigentlich auch und dann haben wir so angeguckt wir haben uns letztes jahr auf der buchmesse ein buch zusammen gekauft uns zusammen zu lesen warum also dieses jahr nicht auch dementsprechend haben wir uns fertig fertig ich sag mal fading fight fighting fate gekauft und da auch sehr gespannt wann wir es dann endlich dann auch lesen werden er ist der prinz des hartes sie ist ein bodyguard zwei fremde die das schicksal zusammengeführt hat taro fristet ein trostloses dasein seit jahrhunderten darf er sein apartment in new york nicht verlassen die strafe für ein unverzeihliches verbrechen die erinnen warten nur darauf ihnen stücke zu reißen sollte er einen fehler machen das zufällige zusammentreffen mit rio ändert alles taro stellt fest dass er an ihrer seite für die erinnend unsichtbar ist und so heuert er sie an ihn zu beschützen zusammen machen sie sich auf die suche nach pandora die taros fluch als einzige aufheben kann doch nichts kann rio und taro auf das vorbereiten was sie über sich selbst erfahren werden und übereinander kommen wir jetzt zu den sieben büchern die zu meinem bookish christmas paket gehört haben das video verlinke ich euch gern noch mal hier oben da habe ich auch ein bisschen mehr über die bücher erzählt und über die aktion also da solltet ihr unbedingt mal reinschauen ich werde euch jetzt einfach nur ganz schnell die bücher zeigen und erzählen um was es geht weil ich im anderen video ja schon so ausführlich darüber gesprochen habe aber ich möchte sie trotzdem hier im video als neuzugänge noch mal aufführen und euch erzählen um was es in der geschichte geht das erste buch wäre gefühlvoll von katrina werde es second chance roman und darum geht es birdie ist selten im stress mit ihrem freund rafa verbringt sie ihre wochenenden in venedig oder paris und auch sonst gondelt sie gerne von event zu event bis birdie aus heiterem himmel von rafa verlassen wird und der darauf folgende therapeutische shoppingtrip weitreichende konsequenzen mit sich bringt dann steht auch noch lonnie plötzlich vor ihr den sie seit 15 jahren nicht mehr gesehen hat lonnie ist selten im stress abends mix der cocktails in der bar eines hotels in seiner freizeit widmet er sich gutem kaffee und selbst gebranntem schnaps doch eines abends trifft er seine längst vergessene teenager liebe birdie wieder und auch sein vater verlangt in diesem sommer plötzlich eine lebensverändernde entscheidung von ihm das nächste buch habe ich euch jetzt wirklich auch schon mehrfach in die kamera gehalten das weihnachtswunder deines lebens von jule piber da gibt es auch schon die rezension auf meinem blog zu wenn ihr da neugierig seid was ich von dem buch halte und nicht auf den lesemonat warten wollt weil es wird in diesem lesemonat auftauchen dann schaut da gerne mal vorbei claudia hagedorn hat ihr leben an die wand gefahren kurz vor weihnachten landet sie völlig verschuldet und mittellos nach einer gescheiterten auswanderung wieder bei ihren eltern und fühlt sich wie die größte versagerin weihnachten würde sie am liebsten für immer streichen doch dann erbt sie einen magischen adventskalender von ihrer verstorbenen oma die geheimnisvollen botschaften darin erweisen sich als rettungsanker inmitten der dunkelheit findet claudia neuen mut denn der kalender enthüllt ihr das wahre weihnachtswunder ihres lebens dann durfte ebenfalls hot kisses vor christmas hier einziehen also wer es ein bisschen spicy mag der ist definitiv hiermit gut bedient denn hier heißt es den rausschmiss aus der elitetruppe der new yorker polizei hat sich ethan selbst zuzuschreiben das schlimmste daran ist jedoch zum jahresende in einem kleinstadt nest mitten im nirgendwo abgeschoben zu werden eine echte katastrophe der einzige lichtblick ist die süße café besitzerin der lin die nicht nur bild hübsch ist sondern obendrein feuer im hintern hat und ethan gehörig den kopf verdreht heiße küsse im schnee sind daher unvermeidlich und machen lust auf so viel mehr aber der neue deputy steht im fokus der ganzen kleinstadt und bringt die althergebrachte ordnung schon ohne eine heiße affäre völlig durcheinander als ein brand jegend in helle aufregung versetzt muss ethan beweisen wird er in seinem job wirklich ist von der lin trifft eine folgenschwere entscheidung dieses weihnachtsfest wird richtig hot das nächste buch wird auch in richtung hot gehen ich habe euch beim letzten mal gar nicht den innenteil gezeigt also ja ist auch auf jeden fall sehr viel spice mit dabei und darum geht es marie evans steht vor dem scherbenhaufen ihres lebens und das mit gerade mal 21 jahren belogen und betrogen von den zwei wichtigsten menschen in ihrem leben ist sie nun ganz allein im fremden manhattan new york city als sich zudem herausstellt dass ihr neuer chef brian clark nicht nur arrogant und reich sondern auch höllisch heiß ist bekommt ihr vorsatz endlich ihr leben neu zu ordnen einen weiterer herausforderung auch brian wurde in seiner vergangenheit durch einen schlimmen vorfall für immer geprägt als er marie kennenlernt weckt sie in ihm den wunsch ein unbeschwerter mann zu sein doch hat er sein herz seitdem für immer verschlossen und lebt in einer welt voller selbstzerstörung macht und gier kann er auf sein herz hören oder wird die vergangenheit siegen dann dürfte auch das buch von der lieben arian l silbers hier einziehen davon hört man ja auf bookstagram doch so einiges positives deshalb freue ich mich auch schon sehr dass ich es lesen darf bzw freue ich mich auch sehr dass lara es mir mit ins paket gepackt hat es stand nämlich auch auf meiner wunschliste unabhängig von bookish christmas daher hat das gerade sehr sehr gut gepasst willkommen im schloss der tausend spiegel zum wohle ihres verarmten königreichs würde die junge prinzessin maren alles tun dessen ist sie sich ganz sicher bis sie in das berüchtigte schloss aus silber und eis geschickt wird um den viel zu reichen und viel zu attraktiven lord villiaret zu heiraten den einen mann den sie eigentlich niemals wiedersehen wollte und den sie leider viel zu gut kennt doch um ihr sterbendes land zu retten bleibt maren nichts anderes übrig als in das schloss ihrer albträume zurückzukehren wo tagsüber funkelnde bälle gefeiert werden und nachts finstere kreaturen durch die korridore streifen von denen eine an maren ganz besonders interessiert zu sein scheint und während maren vergeblich versucht sich nicht noch einmal in den hinreißenden lord zu verlieben der ihr leben ruiniert hat verstrickt sie sich immer tiefer in einem feinen netz aus lügen und intrigen dass sie bald weit mehr als nur ihren kopf kosten könnte nächste buch klingt für mich auch richtig richtig schön ich habe immer noch das band hier drum das könnten wir jetzt mal ab machen da war nämlich noch eine kleine postkarte mit einem kleinen geschenk dran so haben wir jetzt ja kolibri herzschlag habe ich euch ja auch im unpacking schon mehr dazu erzählt und deshalb gibt es jetzt einfach nur noch den klappentext für euch was ist der unterschied zwischen verliebtheit und liebe laura und jesper sind früheltern geworden und führen ein harmonisches leben diese idylle wird je unterbrochen als ihre 14 jährige tochter auf eigenen wunsch in ein sportinternat zieht plötzlich hat laura zeit zum nachdenken und in ihrem kopf werden bohrende fragen wach will sie beruflich mehr erreichen ist sie eigentlich glücklich und wohin ist das herztopfen verschwunden das jesper bei ihr ausgelöst hat in dieser situation wird laura wieder an den verrückten pakt erinnert den die beiden am tag vor ihrer hochzeit geschlossen hatten jeder durfte einen prominenten benennen sollte sich in der ehe jemals die chance ergeben eine nacht mit diesem promis verbringen wäre das ohne konsequenzen erlaubt nie hätte laura erwartet dass jemals dass das jemals passieren würde aber dann steht sie dem sexy rockstar kosmo tatsächlich gegenüber und ihre welt gerät vollends ins wanken und das letzte buch von bookish christmas ist natürlich das buch für das ich pate sein darf beziehungsweise von den autoren nennen oder dem autoren duo für dass ich die patenschaft übernehmen darf stern dämmerung von poppy robin ich bin es auch gerade am lesen weil wir da was ganz ganz tolles auf die beine stellen wollen also schaut da unbedingt gerne mal bei instagram vorbei am 14 11 ich blende es euch noch mal ein falls nicht der 14 ist gibt es auch auf instagram einen live stream mit den beiden also da könntet ihr auf jeden fall mal reinschauen da würden wir sie ich uns alle sehr sehr drüber freuen zwölf götter neun welten eine sehnsucht du glaubst die geschichte der antiken götter zu kennen du glaubst um ihr schicksal zu wissen das dachte ich auch aber wir täuschen uns beide kommen wir jetzt zu der abel bestellung die ich getätigt habe da durften drei bücher bei mir einziehen und zum einen wären das die boston bells monster ich weiß gerade nicht der wievielte band der reihe das ist aber bestimmt steht es hier irgendwo vielleicht aber auch nicht nein es steht leider nicht da also ich weiß dass der erste hunter heißt da hinten hinten sehen wir es der erste heißt hunter der zweite heißt will der dritte heißt monster und der vierte heißt rake ich glaube es sind auch nur vier insgesamt bin mir nicht sicher aber ich glaube die reihe besteht aus vier büchern die qualität war glaube ich sehr gut und es ist auch tatsächlich nur eine kleine feine leserelle drin was mich jetzt nicht so hart nervt dass ich es zurück schicken würde oder werde ich habe den zweiten band tatsächlich auch noch gar nicht da der war auch bei amel gerade nicht verfügbar aber der hier schon und ich glaube anstatt 14 euro habe ich um die zehn dafür bezahlt also dafür ist es auf jeden fall in ordnung muss ich aber den sticker da hinten abmachen oder den abell einlagerung sticker oder wie das ding auch immer heißt weil ich sonst den klappentext nicht komplett vorlesen kann das ist einfach super nervig dass das immer alles zugeklebt werden muss machen wir weiter mit dem klappentext aceling fitzpatrick ist nach außen hin die perfekte prinzessin der bostoner high society aber hinter der magellosen fassade versteckt sie ihre dunkle seite die die sich seit jahren nach sam brennan sehnt dem gefürchteten und mächtigen mafiaboss von boston sam sie den aceling jedoch nicht mehr als die tochter seines wichtigsten klienten der ihn großzügig dafür bezahlt die finger von ihr zu lassen bis aceling in einer nacht alles auf eine karte setzt um sam für sich zu gewinnen doch kann die prinzessin das monster wirklich dazu bringen sie zu lieben so machen wir gleich mit dem nächsten buch weiter ich spittle hier jetzt auch gerade die sticker karte hier ab damit ich es euch zeigen kann du bist mein lieblingsgefühl von kira gro ich habe ihre alles reihe jahre super gerne gelesen und anstatt das kostet 11 9 habe ich glaube ich um die sieben euro bezahlt lass mich lügen es ist auch absolut top zustand kein leserille ein bisschen angedetscht aber das stört mich jetzt nicht dafür dass ich fast halb so viel dafür bezahlt habe ich wollte es mir die ganze zeit schon bestellen und auch lilly lucas sagt sehr viele nette dinge darüber von daher er ja musste es hier einziehen es ist auch irgendwie so ein kleines format was ich auch mal ganz schön finde weil es einfach super gut in der hand liegt ich kann mir vorstellen dass es eine super gute pool strand lektüre ist weil es eben nicht so ein riesen klopper ist und ich freue mich tatsächlich auch schon sehr drauf ist zu lesen verliebt verlobt verheiratet max ist ein romantiker nela nicht als sie sich ausgerechnet in einem brautmodelladen begegnen schlägt jedoch bei beiden unwiderruflich der blitz ein das problem nela trägt bei dieser begegnung ein hochzeitskleid und max hilft einer frau mit ihrer korsage für beide ist klar dass der jeweils andere bald heiratet und damit tabu ist doch als der zufall max und nela erneut zusammenführt werden die guten vorsätze auf die probe gestellt möge die hochzeitssaison beginnen und dann kommen wir last but not least zum letzten buch das leider in einer recht schlechten qualität hier angekommen ist aber weswegen ich die bestellung eigentlich getätigt habe das zeitalter der helden erwachen ist der erste band der reihe von richard morgen und es ist leider voller leserinnen das nervt mich richtig hart hier seht ihr auch noch die anderen bände dazu die bücher werden so nicht mehr gedruckt ich muss mal gerade gucken von man die sind überarbeitete neuausgabe 4 2020 aber wenn ich bei amazon reinschaue kann ich sie in dem format gar nicht bestellen von daher dachte ich gucke ich mal bei avel mir wurde das buch von einem freund von mir empfohlen ähm ja er liest es natürlich auf englisch er ist amerikaner aber ja hat gesagt du musst das unbedingt lesen es ist schwierig es auf englisch zu lesen wenn man die sprache nicht als muttersprache hat weil richard morgen scheinbar sehr bildgewaltig schreibt ich meine mein englisch ist eigentlich recht gut aber trotzdem traue ich mich nicht an englische bücher ran ja deshalb habe ich mir jetzt auf deutsch gekauft und bin schon sehr gespannt was mich da erwarten wird weil er mir während dem lesen immer mal wieder so kleine updates gegeben hat und so mini reviews gegeben hat hat das buch mich doch sehr sehr neugierig gemacht es ist halt ein high fantasy epos nenne ich es jetzt mal von daher ja werde ich mir dann wenn es mir gefällt wohl die anderen beiden auch noch irgendwie irgendwo organisieren müssen ringle eskiad ist ein held oder er war es zumindest jetzt schwingt er sein schwert nur noch gegen geld und langweilt sich zu tode als ihn ein auftrag zurück in seine heimatstadt chelaine ruft muss ringle sich nicht nur mit den schatten seiner vergangenheit auseinandersetzen sondern auch mit einem neuen feind einem wesen von dem man in alten mythen nur gemunkelt hat aber noch hat ringle sein schwert verrät gar nicht so viel aber durch die ganzen mini reviews die ich bekommen habe bin ich doch schon sehr sehr gespannt darauf ihr lieben das war's von mir das waren alle meine neu zugänge aus dem monat oktober es war wirklich ein xxl book haul und ich habe da sehr viel vor in der nächsten zeit zu lesen ich werde euch wie immer die links dazu in die infobox packen sowohl den amazon link als auch den talia link das war es jetzt wirklich von mir ich wünsche euch noch einen wundervollen tag habt's fein und bis zum nächsten mal wieder tschüss und bis zum nächsten mal wieder